Es war die Schocknachricht am Donnerstag, Tony Bauer muss aus gesundheitlichen Gründen seine Reise bei Let's Dance vorzeitig abbrechen. Zwar wird er am Freitag noch seinen Magic Moment in Show 9 zeigen, aber das außerhalb des Wettbewerbs. Eine Nachricht, mit der Vulkan- Damit nicht irgendwas Schlimmes in der Zukunft passiert, muss ich leider auf meinen Körper hören und sagen, weiter geht es leider nicht mehr. Ich hätte gern weitergemacht, aber ab und zu muss man Entscheidungen treffen, erklärt der Comedian bei Instagram seine Entscheidung. Nach dem Regelwerk der Show rückt nun der Promi aus, der als in der vergangenen Woche traf es an Katrin Bendixen und Valentin Lucin, die nun noch einmal die Chance haben, Dancing-Star zu werden. Die Aufgabe ist aber eine richtige Herausforderung, innerhalb weniger Stunden muss das Paar gleich zwei Tänze lernen, ihren Magic Moment sowie das Tanzduell gegen Gabriel Kelly und bis zwei Uhr in der Nacht haben Affe, wie die Influencerin mit Spitznamen heißt, und der frisch gebackene Papa Valentin trainiert. Was dabei herauskommt, gibt es dann heute Abend zu sehen. Doch einige Fans sind scheinbar so enttäuscht über das Ausscheiden von Toni, dass sie nun nicht das erste Mal, weil Affe von den Punkten her seit Wochen die schlechtesten Bewertungen unter den Promis bekommt und trotzdem weiter tanzen durfte, gab es einiges an Kritik. Nun scheint für die junge Frau aber endgültig genug, sie setzt sich bei Instagram gegen die Hasskommage schämt euch einfach nur, denkt ihr, ich suche mir das aus? Wenn ich mir eines wünschen könnte, dann, dass Toni drin bleibt und ich einfach draußen bleibe, stellt der TV-Star klar. So einen niveaulosen Scheiß könne sie nicht mehr ernst nehmen. Bei Irren lässt sich die Rückkehrerin davon aber nicht. Heute Morgen meldete sich Affe gut gelaunt bei ihren Fans und stellt klar, es ist eben einfach auch nur tanzen. Ein Motto, dass sich der ein oder andere